Das Faszinierende ist, man merkt die Technik nicht, man spürt sie nicht, man sieht sofort im Score, wenn man den Ball in die Wand schießt, man bekommt den Ball geschnitten, man bekommt ihn schneller, langsamer, von allen möglichen Richtungen und hat keine Zeit darüber nachzudenken, dass man eigentlich irgendwo in einer Maschine steht, sondern man ist im Spiel. Kidslab ist ein Fußball-Training-Simulator, wo wir auf der einen Seite eine Evaluierung über das Leistungsvermögen von Spielern machen können, von dem Profibereich über den Amateurbereich, aber auch bis zu dem Hobby- und Kinderbereich und das Besondere daran ist, dass wir nach der Evaluierung bezogen auf das individuelle Leistungsvermögen wirklich auch individuelle Trainingsformen, was Passenschießen anbelangt, umsetzen können. Es war mir sehr wichtig, als ehemaliger Fußballprofi und aktueller Profitrainer, dass die Spieler mit dem gleichen Equipment hier herinnen trainieren können, wie sie am Spieltag im Stadion ebenfalls auch spielen, dass sie keine Sensoren tragen müssen, dass im Ball kein Sensor ist. Ein Projekt dieser Größenordnung funktioniert mit interdisziplinärer Zusammenarbeit. Lenze ist von der Kultur von Unternehmen ähnlich aufgestellt wie wir, verlässlicher Partner mit Handschlagqualitäten und das hat uns auch von Lenze von Anfang an sehr begeistert. Wir haben eine klare Schnittstelle, mit denen wir das System weiterentwickeln. Mit Lenze gibt es bereits weitere Ideen, wie wir die Systeme weiterentwickeln können, um zusätzlichen Kundennutzen zu stiften und eine einheitliche Schnittstelle mit einem starken Partner ist für das Rollout und den weiterverkauf der Anlage natürlich ganz essentiell.